Hallo und herzlich willkommen zum Fehlensimulator 2017 in Mittelerne, Schatten des Krieges. Nehmen Sie gerade hier im Turm und müssen jetzt die versteckten Geheimnisse suchen, die sogar ziemlich nahe sind. Ok, da war es auch eine... Wo war es so weit weg? Das machen wir mit Absicht, ne? Na klar. Ok, jetzt fehlt noch ein... Ok, war ja nicht so, dass wir da drüben schon mal gewesen wären. So, schauen wir mal kurz an, was wir hier unsere Kargos wecken. Na gut. Hier unten ist eins. Hier unten ist eins so. Und danach werden wir die Festung auch noch erobern. Hier kommt einer. Ja gut. Oh, wie krass ey. Ja. Das ist wirklich cool, dass wir die Sachen jetzt auflesen können im Kampf. Das macht natürlich auch Sinn so. Oh, jetzt habe ich geschaut. Eichsturm. So, ich wollte ja nur das Ding hier anscheinend mir. Ja, jetzt helft dich. Wichtig. Okay. Wie muss ich es anschauen, dass man es sieht. So. Okay. Ja. Dann schauen wir mal an, was wir machen müssen, um diese Festung zu erobern hier. Genau hin, ganz einfach. Okay. Warte mal, da ist was zu holen. Okay. So. Sollten kommenden den Kommandanten, das auswuchs vor, indem du seine Wilde tötest. Okay. Die Wilde, die zwei Handkämpfer. Ich hasse die eigentlich. Ich werde dir zeigen, was das Wort Wild bedeutet. Töt die Wilde. . Ja. Ah, Vorsprungtötung. Scheiße, das ist aber nicht von oben her. Oh kacke. Vorsprungtötung. Ach ja, du mal. Hier anlocken. Moment, ich rieche etwas. Oh, warte. Ähm. Das war nicht so geplant. Scheiße. Okay, wir haben fertig als Punkt. Mal kurz schauen. Was könnte uns jetzt am meisten bringen? Ähm. Verzehren. Warte mal, wir haben hier noch ziemlich viel nichts gemacht, hä? Mächtige Schussstücke in vorne, um einen exklinischen Schuss abzufallen. Boah, krass. Raubfogel. Oh, krass. Wir können in die Luft schießen. Hm. Gibt schon echt sehr viele Möglichkeiten. Warte, wir haben hier einen perfecten Konter. Fatal-Konto. Okay. Dann hier haben wir kritische Treffer. Während... Ähm. Drücke während Trefflands, um deine Chancen, kritische Treffer erheblich zu steigen. Ja gut, dann muss ich hier mal drücken. Das mache ich ja eh schon. Was ist das hier? Der Geist kann... Der Geist kann... Fand ich an wie viel mit Konten während du mit... Oh, das ist aber auch geil. Ja. Wobei, dann habe ich dann trotzdem nicht mehr schneller töten, ne? Okay. Dann haben wir... Der Geist springt während du schlägst kurz... Das ist eigentlich so. Naja gut. Totalisieren. Ich weiß gar nicht, das ist so ein Ding, wo ich sagen muss, Bau nicht unbedingt. Gift. Wie? Tun wir das Feuer jetzt hier aktivieren. Da können wir wenigstens Feuer explodieren lassen. Das ist auch schon mal was. Okay. Habt ihr nie? Ja. Nicht schlecht, Mann. Du hast keine Ahnung, was du da sagst. Schleicht da jemand um mir, ja? Ich scholte dich! Der Graf, Mann, er lauert hier irgendwo! Ich spür dich auch! Okay, Vorsprung-Tötung habe ich. Der ist raffiniert, aber wir kriegen ihn schon. Es ist gar nicht so einfach, diese Schleicht-Tötungen machen. Es ist noch welche. Ich weiß mehr als jeder andere über diesen Elbenmöchler. Ich dachte, ich hätte Menschenfleisch gerochen. Oh, nein. Wann, oh, man, man. Richtig oben durchspazieren, sehen Sie mich? Ah, das ist echt. Ja. Ich bin so glücklich. Wann ist das jetzt? Wir lassen uns verarbeiten. Hallo? So. die trommel das ist einen, den ich noch so töten könnte und dann hat sie schon fast der da hinten noch es wird ziemlich schwierig die Tötungen noch zu bekommen doch jetzt ähm, was? ich bin anlocken ich soll da näher kommen echt? scheiße jeder Mensch, der hier aufkommt, wird durchgekaut und ausgeschmackt so, komm komm rüber komm zu mir bis der letzte, den ich brauche super, ok so, jetzt muss ich nur noch die Typen töten die sind ja nicht so schwierig, wenn man sie im Raschen tut wie schön, dass die Leiholder haben und ihre Tierchen spüren zu hoff 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 Kann ich hier etwas explodieren lassen? Da. Weiß nicht, hab ich nicht gesehen hier drüben. Ach Scheiße. Ich will es dort sehen. Oh Scheiße, das ist ein Mittelder. Okay. Ja, ja. So, jetzt muss ich kurz schauen, was hat er an sich? Gura. Okay, wir wissen nichts von ihm. Gut. Es gibt informanten. Etliche hier. Das kann nicht denn kommen. Ah! Hier! Nein, hier. Ist das vorgegangen? Das ist alles fantastisch. Hm? Hm? So, kannst du sagen, was Gura so an sich hat? So, wo haben wir Gura? Gura. Gura. Kot. Wo ist denn der Gura? Besh, Oga. Kot. Ogul. Hä? Wo ist Gura? Da. Da ist der Gura. Äh, X-Zetars. Die Version aufdecken. So. Ein paar Anfaltflüchen. Okay. Ich sehe, Weichschädel. Unbeholfen. Kann ergiffen werden, zum Reitdienutzwert, ohne erst geschwächt zu werden. Okay. Fessner. Vergrauk. Okay. Gut. Alles klar. Vielen Dank für deine Informationen. Gut. Ich kann mich auch verwenden, für ihn einen hier aufzudecken. Oh. Cooler Typ hier. Äh, okay. Ich muss ein bisschen viel jetzt hier auf. Ich muss in die Höhe kommen. Wow. Das ist ein Riesen. Oh, das kann ich nicht. Okay. Oh mein Gott. Ein doofes Ding da. Kann man gleich hoch oder wie? Ich muss in die Höhe kommen. Gehen wir den Turm hoch. So, okay. Was? Ach so. Ein Wurm. Du bist schon tot. Ja. Dich habe ich schon. Sehr gut. Das geht schnell. Äh. Rückzug. Verstoße nach Armee verbannen. Mache Rückzug. Sehr gut. Das hatte ich was gebracht. Ja. Die Vorsprung-Töten haben mich auch geholt noch. Und jetzt gibt es einen riesen Krieg. Ja. Sei auf der Hutwahlzeug. Sei auf der Hutwahlzeug. Okay, der ist auch weg. Gut. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz, wo wir ans nächste hingehen. Ich würde sagen, wo wir uns das Zeichen, dann würde ich sagen, tun wir die Fähre keine Freistandbegade erhalten haben. Wir haben wieder einen Punkt. Ach, ich mache mich immer schwer jetzt. Was ist das hier? Drücke Spacer über einen Uruk zu springen und ihn zu betäuben. Ach du Scheiße. Komm, das machen wir. Das ist immer gut. Was ist das hier? Ich könnte drauf schraken. Oder ich könnte dir nicht... Oder ich könnte dir nicht... Warte, den Eingang für mich. Ich hole mich inzwischen das hier. Oh nein, Graube da. Die alten Götter verliessen. Eingang für den ersten Sieg der Welt wurde missklang. Er sah es als seine Mission, dies zu korrigieren. Ein dunkler Herrscher, der die Fehler eines anderen... Boah, das war extrem schnell. Okay, da haben wir nicht mal den Text zum Ende gehört. Scheiße. Kommt der Kargolz hier? Nach Morgoth kam Sauron. Und nach Sauron. Nach Sauron wird Frieden herrschen. So. Wo geht das? Genau. Holen wir uns aber auch Reit hier, wenn wir uns keinen geben möchten sonst. Was? Ach komm, egal. Kann die Kargolz sein. Ach, da waren wir doch schon. Das war die geniale Mission, die wir ewig mal versucht haben. Oh ja. Ach, kurz anschauen, wo die uns nicht angreifen hier. Wenn wir nicht wegkommen. Oh. Entschuldigung, ich muss durch. Oh, den hole ich mir kurz. Ah, hier ist noch einer, der einen Bonus hat. Weißer wo, der hier. Der hat einen über die Beute. So. Abschneiden, was ich wollte. Gut. Ein nächstes Ziel. Ist dann hier oben. Die ganze Zeit werde ich auch auf der Karte angezeigt. Sehe ich jetzt gerade. So, die Frage ist, wie komme ich da hin? Das scheint eben ein Berg oben zu sein. Das täuscht auch vielleicht nur. Das ist da oben sogar. Oh, da komme ich hoch. Oh, da kannst du weg. Weiter, 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 weiter. Da. Da hinten ist es. Ist es, ist es draußen noch drinnen? Ist es in der Höhle? Okay. Okay. Manche betrachten Ringe lediglich als Zierde, Schmuck für den Finger. Doch dieser Ring kennzeichnet seinen Träger als Herrscher Gondors aus der Linie der Hamasir. Und die Verzierungen formen ein Siegel, das briefiziert wie eine Unterschrift. Okay. Dieser Ring ist vielleicht das einzige, was von Hamasirs Linie bleibt. Ich weiß, dass sie beim Fall Minas Itils ausgelöscht wurde. Ein symbolträchtiger Ring ist viel mächtiger als einfacher Schmuck. Das ist definitiv so. So, und ich würde sagen, wir schauen, dass wir auf unseren Kau wieder kommen, der sie unten rumstreift. Den hier töten noch kurz. Der Hamasir. Ich kannte sie. Vor langer Zeit. Davor haben sie sicher keine Verwendung mehr. So, und dann Map drücken, um dann den nächsten Ort auszuwählen. Aber nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lass mir ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter mit deinem Abo. Verpasst hier keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.